Please hold for a very important message. Ich habe euch die ja versprochen. Und jetzt ist es endlich soweit. Ich habe mir euer Feedback zu Herzen genommen. Ich werde mehr einleiten und nicht so erzählen, was hier so abgeht, woher man die Person kennt und so. Das war schon sehr so ruppig, ne? Beim letzten Mal. Habe ich gehört, habe ich akzeptiert, nehme ich an. Und kümmern wir uns jetzt drum, okay? Dass das nicht so ist, dieses Mal. Genau, was kann ich erzählen? Palma, mal wieder spanischer Boden. Und ich bin ein ganz anderer Mensch. Ich bin heute um sechs aus dem Bett gefallen. Ich wollte gestern gar nicht schlafen gehen. Ich war hier gestern Abend noch im Fitnessstudio. Habe extra die Kopfhörer rausgelassen, weil ich mir so dachte, ich will die Sprache auch hören. Ich will die schönen Menschen sehen. Ich finde hier so viele Menschen so unfassbar schön. Es ist einfach der Wahnsinn. Es gelang mir wirklich schwer, mich gestern im Gym zu konzentrieren. Weil das in meinen Augen einfach so viele einfach wunderschöne Menschen sind. Ich finde auch, jeder sieht besser aus, wenn die Sonne scheint. Wenn man hier so ein bisschen la vida, locker, locker hat und so. Kein Wunder, dass die hier alle so strahlen, ne? Naja. Dann wollte ich euch noch was erzählen. Und zwar habe ich gestern noch ein bisschen gelesen im Buch Verdeckter Narzissmus. Das ist meine absolute Herzensempfehlung. Wirklich, Leute. Wenn ihr euch interessiert für das Thema, lest dieses Buch. Ich finde es einfach super, super, super krass. Ich erinnere mich an Austäusche zum Thema Gaslighting. Und oftmals ist es so, dass Leute mir sagen, ja Narzisst, Narzisst, dein Ex war ein Narzisst. Oder, ach, das ist Gaslighting, ne? Und dann wird ja auch inflationär gesagt, dass diese Begriffe inflationär genutzt werden. Kennt ihr? Also das habe ich mittlerweile auch beobachtet. So, es wird einfach gesagt, ja, ja, Narzissmus, das wird inflationär benutzt. Und damit ist es auch schon wieder abgetan. Und ich glaube sogar, dass das wiederum eine Technik ist von Narzissten, um Narzissmus runterzuspielen. Ja, hier gibt es Beispiele, was alles schon Narzissmus ist. Ich will dieses Thema hier gerade nicht langziehen, aber ich möchte es euch einfach einmal vorlesen, mitteilen, okay? Ich sage immer erstmal die Technik und dann ein kleines Beispiel. Und ihr sagt mir gerne heute in den Kommentaren, ob ihr das wusstet, ob euch das bewusst war, dass das schon Gaslighting ist, okay? Und diese Gaslighting-Klassiker sind so das Lieblingswerkzeug von Narzissten. Technik leugnen. Das habe ich nie gesagt. Wisst ihr, wie oft ich Streitereien hatte mit meinem Ex-Freund, wo ich dann, Beispiel, er hat in einem Streit gesagt, du nutzt mich ja nur aus, du willst über mich einfach nur an eine neue Wohnung kommen, ja? Weil ich zu dem Zeitpunkt noch nicht so lange selbstständig war und nicht genug Nachweise hatte als Selbstständiger, als dass ich eine Mietwohnung auch einfach nur bekommen hätte. Und dann hat er mir in einem Streit, weil ich nicht abwaschen wollte, sowas an den Kopf geworfen. Und zwei, drei andere Sachen, die ich gerade, glaube ich, die habe ich auch schon wieder vergessen. So, aber es waren so Sachen, wo ich so dachte, hä, woher kommt das? Und warum ist das die Reaktion auf, hey, ich habe gerade keinen Bock auf Abwaschen, ne? So. Und dann bin ich damals mit meinen Freunden nach Berlin gefahren und ich habe drei Tage nicht mit ihm geredet, weil ich fand diese Sachen, die er gesagt hat, so toxisch, dass ich so dachte, nee, damit kann ich nicht leben. Dann bin ich zurückgekommen nach Hamburg nach drei Tagen und das Erste, was er dann gesagt hat, war, ja, erzähl mal, warum warst du die letzten drei Tage sauer? Ich so, Entschuldigung, warum ich sauer war. Erinnerst du dich an unser Gespräch am Freitag? Und er so, ja, was war denn da? Auch das, was war denn da? Digi, du warst selber in diesem Gespräch dabei, also tu nicht so, als wüsstest du nicht, worum es ging. Und dann habe ich gesagt, ey, du hast mir gesagt, ich würde dich nur ausnutzen für deine Gehaltsabrechnung. Und dann meinte der, ja, das habe ich nicht gesagt. Und ich habe nie verstanden, warum er sich daran nicht mehr erinnert. Weil er ist ja ein studierter Mensch, er ist nicht doof, er arbeitet in einem Bereich, wo du halt wirklich was im Hirn haben musst und hat dieses Studium auch noch in Spanien abgelegt. Da dachte ich mir immer so, das kann doch nicht sein, dass er so einen Gedächtnisschwund hat. Nein, es ist eine Technik. Ja, es ist eine Technik, mich zu verunsichern. Oder eben das Opfer zu verunsichern. Anzweifeln der Erinnerung, das war ganz anders. Kleinmachen, sei doch nicht so empfindlich. Leute, das ist schon Gaslighting. Wenn euch ein Mensch seine Gefühle mitteilt und ihr reagiert darauf mit, sei doch nicht so empfindlich, dann ist das verdammt nochmal Gaslighting. Runterspielen. Du übertreibst, es ist doch normal, dass man sich nach 10 Jahren Ehe nicht mehr so viel zu sagen hat. Nein. Wer bist du auch, um irgendwelche Normen mitzuteilen? Alleine, also so Sätze wie, das ist doch so, das ist doch ganz normal. Nein, das ist nicht ganz normal. Wenn ich das so fühle, dann fühle ich das so und das alleine reicht schon für die Daseinsberechtigung dieses Gefühls. Und dann reden wir über das Gefühl und nicht, wie ich eigentlich sein müsste, damit ich in diese Norm passe. Dann diagnostizieren. Du bist ja krank, du bist ja verrückt. Macht man nicht, okay? Als Fakten getarnte Meinung. Stell dich nicht so an, das ist doch keine richtige posttraumatische Belastungsstörung. Direkt das Gespräch verlassen. Also, da gibt es, da gibt es, da gibt es nichts weiter zu besprechen. Dann Abwertung. Du hast Glück, dass du jemanden wie mich gefunden hast. Leute, das habe ich jeden dritten Tag erlebt. Jeden dritten Tag wurde mir gesagt, dass ich ganz, ganz große Probleme habe, dass diese Person meine allererste wahrhaftige Chance auf eine gesunde Beziehung ist und dass ich, dass klar sei, was ich für einen Benefit aus dieser Beziehung hätte, aber dass meinem Ex nicht bewusst war, was er für einen Vorteil hat oder was er daraus ziehen kann, mit mir zusammen zu sein. Leute, das ist, das ist gravierend. So, und ich habe das nicht gemerkt. Abwerten durch giftige Fürsorge. Bist du sicher, dass du das schaffst? Das sind auch so Sachen. Beim Einparken. Oh mein Gott. Bist du sicher, dass du das kannst? Soll ich das machen? Nein, verdammt nochmal. Und jetzt weiß ich auch, warum ich immer sauer war. Ich war dann immer sauer, weil ich so sagte, Junge, lass mich in Ruhe. Ich bin auch die letzten zwölf Jahre vor dir an meiner Seite Auto gefahren. Und dann ist es natürlich so, oh mein Gott, du hast voll das Problem. Du bist irgendwie voll aggressiv, du bist voll sensibel. Kommt das vielleicht dadurch, dass dein Vater so komisch zu dir war? Nein, es kommt dadurch, dass du gerade komisch zu mir bist. So, und dann Schuldgefühle machen durch Unterstellung von Motiven, Gefühlen, Absichten. Du hast dich offenbar, dass das Beispiel längst gegen uns entschieden, sonst würdest du nicht ohne mich verreisen. Das hat ja auch meine Freundin, von der ich euch erzählt habe, vor zwei, drei Wochen gerne gemacht. Das habe ich euch gar nicht weiter erzählt, glaube ich. Also die Freundschaft ist definitiv beendet. Sie kam zwei Wochen später noch auf mich zu und hat dann versucht, mich zu guestleiten. Sie hat mich geguestleitet und meinte halt, außerdem bist du Narzisst, weil ist dir schon mal aufgefallen, dass du deine Freunde alle niedermachst, indem du sie Maus nennst. Das ist nur so ein absurdes Beispiel, aber wo ich so dachte, guck mal, wenn du mit mir irgendwas klären möchtest, dann redest du über deine Gefühle. Verstehst du? Mehr machst du nicht und du versuchst mir in dieser Unterhaltung nicht durch Gaslighting klarzumachen, ich sei ein Narzisst und außerdem macht es dann gar keinen Sinn, weil unter dieser ganzen Glocke wollte sie eigentlich mich zu einem Gespräch treffen, um dieses Problem zu beheben. Aber wenn du mir sagst, ich bin ein Narzisst und ich bin ein schlechter Mensch, warum willst du damit mit mir befreundet sein? Das habe ich sie dann auch gefragt. Stonewalling durch Unterstellungen bei Klärungsversuchen. Suchst du Streit? Mehrfach erfahren. Du willst etwas klären, du willst über Tomaten reden, weil beispielsweise gestern auf einem Geburtstag hast du etwas gemacht, was mich verletzt hat. Und ich rede mit dir darüber. Beispiel, du hast dich gestern auf den Schoß von Freund XY gesetzt, das verletzt mich. Und dann, ehe ihr euch verseht, redet die Person über Oliven und sagt so, du bist so streitsüchtig. Nein, 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 ganz stopp, einmal kurz zurück. Wir reden über die Tomate und zwar, dass du dich auf den Schoß dieser Person gesetzt hast. Warum machst du ein neues Chapter auf und redest jetzt über Oliven und es geht jetzt auf einmal darum, dass ich streitsüchtig bin. Wisst ihr, was ich meine? Und das ist alles schon Gaslighting, Leute. Bleibt bei der Tomate. Okay? Wenn euch mehr aus diesem Buch interessiert, dann sagt mir Bescheid, weil ich habe ja ein paar Knicke gemacht. Ich war gestern kurz sauer im Flugzeug. Ich habe so gegen das Buch geschlagen und war so, oh mein Gott, mein Ex hat dieses Buch gelesen. Dieser Wichser, habe ich gedacht. Ich war sauer und ich war so, ich schreibe dir mir jetzt eine Mail oder so und dann habe ich so gedacht, nein, sei doch nicht sauer. Sei doch einfach froh, dass jetzt fast auf den Tag genau du ein Jahr lang diesen Menschen losgeworden bist. Du hast dich gelöst. Du hast ihm nie wieder die Chance gegeben, mit dir zu reden, weil du ihn einfach blockiert hast, statt schockiert zu werden. Aber ganz ehrlich, zu 100.000 Prozent ist das ein Narzisst und er hat mich so richtig zwei Jahre und das ist mir gestern nochmal so deutlich geworden und ich bin so dankbar. Ich bin so dankbar. Leute, guckt ganz genau hin. Lest dieses Buch. Lasst euch nicht für falsch erklären. Ihr seid nicht falsch. Okay? Eure Gefühle sind berechtigt. Namaste. Fertig. Nein, jetzt fangen wir an mit dem News Video. Falls du neu bist auf diesem Kanal, möchte ich gerne dazu einladen, ein Schnuffelhase zu werden, tritt dieser, nee, tritt, tritt, oh Gott, das mache ich schon mit diesem Fehler, tritt dieser wundervollen Community bei, werde ein Teil von uns. Sei kein stiller Zuschauer, lass mich gerne wissen, was du denkst, ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Very, very important. Und nun, Kommentar des Tages. Kommentar des Tages, Leute, ohne Kommentar des Tages geht gar nichts mehr hier auf dem Kanal. Das machen wir. und dann gucken wir uns mal an, was wir da bekommen haben. Der Kommentar des Tages kommt von Elilvira8959. Okay? Danke für deine Worte. Dein Video gibt mir so viel. Ich danke dir von Herzen für dein Video. Es motiviert mich so, weiterhin an mir zu arbeiten. Du kennst mich zwar nicht, aber ich liebe, liebe, liebe unsere Freundschaft. Weißt du was? Ich liebe unsere Freundschaft auch. Das Ding ist ja, dass wir verbunden sind. Leute, diese Community ist da. Diese Menschen, ihr alle und ich, wir sind verbunden. Es ist zwar digital, okay, nicht nur, weil wir uns ja auch über den Weg laufen und uns dann sprechen und so und dann sind diese Gefühle ja da. Es ist etwas, was wir empfinden. Du empfindest es jetzt gerade da. Vielleicht hast du mich auch gerade oder auch nicht. Aber egal. Und ich empfinde es gerade hier. Und das macht es real. Das bedeutet, wenn ihr mich zum Beispiel, wenn ich zum Beispiel die Nachricht bekomme, ich liebe dich, dann schreibe ich, ich dich auch. Und ich habe mich am Anfang gefragt, ob das irgendwie komisch ist, weil ihr könnt euch da sagen, hey, du kennst mich doch gar nicht. Aber es resoniert. Die Liebe, weil es ist auch auf der Straße, wenn ihr mich trefft, ich nehme euch immer automatisch in den Arm und die Augen funkeln und wir sind so innerhalb von zehn Sekunden, nein, aber innerhalb von zwei Minuten im krassesten Deep Talk oftmals. Und dann fragt ihr euch auch immer ganz oft so, hey, oh mein Gott, das ist gerade voll heftig, ne? Aber für mich fühlt es sich voll natürlich an. Also weiß ich nicht, wie du das messen willst. Keine Ahnung, ob ein Arzt jetzt sagen würde oder was weiß ich, irgendjemand, der das studiert hat. Das kann ja gar nicht sein. Doch, es kann sein. Ich will jetzt nicht zu esoterisch klingen, aber ihr wisst, was ich meine. Also ich liebe unsere Freundschaft auch. Und nun fangen wir an mit den News. Okay, wir fangen heute an mit Melody. Melody Hase. Boah, woher kennt man die? Die war bei X on the Beach. Die war mal bei DSDS früher. Die war bei The Real Life. Die war bei Be Real. Ihr wisst, ne? Wer das ist. Sie regt sich halt voll auf und sagt, okay, Leute, ganz ehrlich, ihr seid so dumm alle. Ich werde ab jetzt die Funktion abschalten, dass ihr mich abschreiben, äh, abschreiben, anschreiben könnt, weil da hat jemand geschrieben, hast du wirklich mit Osempic abgenommen? Dann will ich das auch. Du bist eine Maschine. Und ich weiß noch gar nicht, was Osempic ist, aber ich bin gespannt, weil sie ist wohl sehr, sehr sauer. Nach den Medienartikeln der letzten Tage sind hier offensichtlich einige Leute dazugekommen, die nicht wissen, wer ich bin, wofür ich stehe. Wir unterstellen zu lügen, einfach weil sie die Antwort hören wollen, kauft euch alle dieses Diabetes-Medikament, dann könnt ihr abnehmen. Warum? Also, auch dieses, wie hast du abgenommen, wie hast du abgenommen? Ich sage es ja, also die Artikel, von denen ihr kommt, klickt doch darauf. Da habe ich ja die Antwort gegeben. Mich nervt es ein bisschen, weil A wird mir unterstellt zu lügen, was absolut, und das weiß jeder, der hier ein bisschen länger ist, nicht meiner Person entspricht. Absolutely not. Also ich meine, sie war bei The Real Life und sie war bei Be Real. Also ich weiß, dieses Thema ist jetzt gerade noch was anderes, es geht um Medikamente und keine Ahnung, hören wir gleich noch mal hin. Aber, also sie kann mir jetzt nicht sagen, dass ihre Karriere darauf beruht, dass sie immer ehrlich war. Weißt du, du warst mit Vanessa Mariposa und so bei The Real Life und der Anteil, ich habe Be Real zum Glück nicht geguckt, weil sonst würde ich hier wahrscheinlich noch ganz anders kommentieren, aber wie hoch war der Anteil an Ehrlichkeit in diesem Format? Also ich glaube schon, dass du schon die ein oder andere Lüge über deine süßen Lippen gebracht hast. Ey, ich habe sogar gesagt, ich habe mir meine Schamlippen operieren lassen. So danach, ich wurde nur am roten Teppich gefragt, gibt es was Neues? Ja, es gibt was Neues. Ich habe mir die Schamlippen operieren lassen und jetzt sage die Wahrheit immer, auch wenn ich nicht unbedingt muss, wenn ich das gemacht hätte, was ich nicht getan habe, hätte ich das auch gesagt. Ich reg mich einfach auf, weil mir mein Erfolg abgesprochen wird und einfach ignoriert wird, was die wahre Antwort ist. Eine Ernährungsumstellung ist die Antwort. Vielleicht muss ich euch irgendwas verkaufen, wo ich euch das ganz detailliert erkläre, damit ich nicht mehr bezichtigt werde zu lügen. Übrigens war ich jeden Tag im Fernsehen während meiner Abnahme. Ihr könnt auch sehen, wenn ich zwischendurch zugenommen habe, abgenommen habe, jeden Tag. Be real. Also, ich weiß nicht, seid real life. Ihr könnt mich doch kontinuierlich sehen. Ich möchte mir nichts unterstellen lassen. Süße, auch wenn du doch bei real, the real life, ist ja alles so real, aber auch wenn du da die ganze Zeit warst und wir dir dabei zusehen konnten, wie du abgenommen hast, du wurdest ja, also es könnte ja trotzdem bedeuten, dass du dank irgendwelcher Medikamente abgenommen hast oder nicht. Also, so real ist das ja jetzt auch nicht, dass die dich jetzt auch beim Toilettengang gefilmt haben und dass man da jetzt mitgesehen hätte, wenn du eine Tablette genommen hättest. Weißt du, was ich meine? Ich verstehe sie schon, weil sie ist halt, sie hat abgenommen mit Disziplin und Schamlippen, haben jetzt auch irgendwie was damit zu tun, aber das ist jetzt kein Argument. Ja, dann gibt es ja auch noch eine Sache rund um Mike Seas, die sich irgendwie ereignet hat. Immer wenn ich Mike Seas irgendwo lese, denke ich daran. Das ist so, ja, das sind für mich aber auch so typische Phrasen. Mike Seas wisst ihr, oder? Mike Seas ist, jetzt komme ich so, hä, müsst ihr doch wissen, wer das ist. Mike Seas war im Sommerhaus der Stars mit Michelle, ich hoffe, sind die noch zusammen wieder? Sommerhaus der Stars, genau, wo war der jetzt noch? Beim Promi-Büßen. Und ja, ihm wird halt nachgesagt, er könnte eventuell ein Narzisst sein. Und da ist irgendwie, glaube ich, wieder irgendwas entstanden. Es gab ein Live, wo auch Kollegen von mir waren, keine Ahnung. und dann sagt er hier, morgen werde ich mich mit einem Video auf YouTube selbst exposen. Ich finde auch, dieses Wort exposen müsste komplett verboten werden. Was ist das überhaupt? Wer benutzt das denn? Was heißt das eigentlich? Exposen? Leute, strike a pose oder was? Naja. Und dann, und canceln. Ne? Cancel-Gesellschaft. Wow. Ich hasse das. Leute, wie kann man Menschen canceln? Jeder von uns kann Fehler machen. Große Fehler machen, kleine Fehler machen, etc. Aber eine Person zu canceln, ich würde das niemals unterstützen. Ich würde das niemals unterstützen, weil das bedeutet, du begräbst quasi eine Person, die noch lebt. So. Weil sie irgendwas gesagt hat, was vielleicht übelst der Fehler ist, aber finde ich ganz unmöglich. So. Und jetzt, denn einige haben es sich zur Aufgabe gemacht, mit den letzten Rest meines Lebens zu nehmen. Vielleicht habe ich nicht immer richtig gehandelt oder mich richtig verhalten, aber am Ende mache ich schon das Beste. Bla, 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 bla. Okay? Den Rest brauchen wir auch gar nicht zu lesen. Das sind auch so typische Phrasen, die mein Vater mal benutzt hat. Ja, auch wenn ich so die Scheiße gebaut habe, ich wollte immer nur das Beste für euch. Nein, verdammt nochmal, das Beste kann nicht sein, wenn du mich jeden Tag niedermachst. Und auch das Beste kann nicht sein, wie du hier mit Michelle umgegangen bist, im Sommerhaus. Das kannst du nicht verpacken, das kannst du nicht verpacken, als ich wollte nur das Beste. Sag mal, geht's noch? So. Ja, dann war er wohl in diesem Live. Und dann hier, die Kommentare sind, ja, zur Abwechslung, wieder mal eine Ankündigung, hatten wir schon lange nicht mehr. Ähm, ja, Maika, Bibi, du steigst dich zu weit rein, du machst dich selbst kaputt, ist so. Alleine auch mit dieser Lichterkette da hinten, ne? Ich kann nicht mehr. Meine sehr verehrten Damen und Herren, ihr könnt ja von mir halten, was ihr wollt. Ich habe gerade ein Video online gestellt. Ich hoffe, ihr seht es euch an. Es wird viele Fragen beantworten. Erstens, wer hat eine Frage? Wer im Raum hat eine Frage? Hat jemand eine Frage an ihn? Ich habe keine Frage. Ich verstehe es nicht. Was wird, ich weiß nicht, was er will. Vielleicht auch viele offene Fragen danach zurücklassen. Heute Abend um 20.15 Uhr werde ich euch was bekannt geben und darauf aufbaut. Es gibt zwei Wege. und schaut euch einfach das Video an. Wir werden sehen, was heute Abend passiert. Wenn ihr gar nichts mit, also wirklich, ich sage so, wenn ihr gar nichts mit eurem Leben anzufangen wisst, ne? Und gar keinen Quality-Anspruch habt und gar nichts und einfach richtig elendig unterwegs seid, dann schaltet ein und guckt es euch an. Schaut es euch an, gönnt es euch. Aber denkt dran, was ihr guckt, das bestimmt auch eure Gedanken und euer Leben quasi. Man hat sich immer drauf berufen, es ist eine Schnittsendung. Du hast das doch gemacht und auch gesagt, wir können das doch verwenden. Da steht vieles in den Verträgen drin. Selbst, dass der Rechtsweg in den Spielen ausgeschlossen ist, in den Spielen wohlgemerkt. Und dass alles, was du machst, aus dem Kontext gerissen werden darf, du dazu stimmst. Da steht noch viel mehr drin, aber ich habe den Glauben an Reality verloren. Oh Mann, und er, das ist ja aktuell auch, das war irgendwie letzte Woche oder so. Aber er war doch, ich sage euch, das hat alles nichts gebracht. Das kann auch nichts bringen. Hier steht das ja auch drin. Weißt du, ich gucke nochmal, guck mal, da ist es so, das ist schwer, das anzugehen. Weißt du, was ich meine? Ja, kannst du nicht austherapieren in den meisten Fällen? Man, einen ehrlichen Gewinn. Und egal, was jetzt passiert, ihr wisst die Wahrheit. Und ich könnte noch weiter zurückgehen. Ich möchte es aber ehrlich gesagt nicht. Es reicht mir einfach, das, was ich erlebt habe, was ich gesehen habe, reicht vollkommen aus. Ich wollte keinen blauen Haken haben in Instagram. Ich wollte einfach mein Ding machen. Und ich versinke auch nicht im Selbstmitleid und suche die Schuld bei anderen. Ich habe Fehler gemacht. Definitiv. Absolut. Aber das ist doch mal das da ist. Das ist kein Stempel, den ich trage. Das ist ein Tattoo. Und das trägst du ein Leben lang. Nein. Du trägst kein Tattoo ein Leben lang, wenn du nicht möchtest. Du kannst es weglasern lassen. Also es klappt halt. Dauert ein bisschen, aber du kannst es auch lasern lassen. Nur, nur, dass du es einmal gehört hast. Ich entscheide mich für ein Leben, was selbstbestimmt ist und frei. Dazu soll das Video dienen. Es war mir wichtig, dass ihr die Wahrheit wisst. Hinter all dem. Das Sommerhaus hat mir keine Karriere ermöglicht. Das hat meine Karriere zerstört, wenn es überhaupt jemals eine gegeben hätte. Dass man dann auch so dreist ist und einen Psychologen hinsetzt. Bei Frau Kelodo. Wenn wir uns schon stellen und öffnen. Und am Ende ist es der Schnitt in einer Sendung, der entscheidet, wie du nach außen wirkst. Dein eigenes Tun und Handeln steht dabei fast gar keine Rolle. Ist so. Also, dein Tun und Handeln in so einer Sendung spielt fast gar keine Rolle. Ich sage es euch, wie es ist. Es ist einzig und allein der Schnitt. Das bedeutet, wenn du deine Freundin so anpackst und wenn du sie anschreist und wenn du gegen so einen Pfosten trittst und so weiter. Leute, das ist nicht passiert. Das war einfach der Schnitt. Das ist wirklich der Schnitt. Ich schwöre. Das wird weggelassen. Das wird genau da eingesetzt, um dieses Bild zu kreieren. Ich sehe meine Forderungen an die Produktionsfirma nicht als eine Erpressung, sondern als eine Wiedergutmachung. Oder eine Starthilfe. Eine Entschädigung. Oder wie es in den Verträgen immer heißt, Aufwandsentschädigung. Mein Leben habt ihr zerstört. Ich spreche nur für mich hier. Es gäbe genügend, die auch ein Video machen könnten. Ey, einfach keine, äh, keine, äh, Dings, Verantwortung übernehmen, ne? Mein Leben habt ihr zerstört. RTL. Ihr habt mein Leben zerstört. Nein. Was haben die denn damit zu tun? So, jetzt wird er eine Aufwandsentschädigung haben. Geht es denn noch, bitte? Geht es denn noch? Vielleicht denkt ihr jetzt mal ein bisschen drüber nach, wie ihr mit Menschen am Set umgeht. Die euch vertrauen. Die sich eine Augenklappe aufziehen. Kopfhörer aufziehen. Und stundenlang in der Dunkelheit sitzen. Bis der Puls nach oben jagt. Aber ich will gar nicht so ins Detail gehen. Das sind eure Arbeitsmethoden. Ich will dir sowas niemals anwenden. Im Leben nicht. Niemals. Was ihr mit mir gemacht habt. Seapoint. Das ging einfach zu weit. Und nicht nur mit mir. Mit vielen anderen auch. Ich hab versucht. Aber jetzt mal kurz eine Frage, ne? Wer beschwert sich denn noch? Also, wer wurde denn noch so reingeschnitten? Warum hat man ihn nur, also warum hat man bei ihm nur diesen Narzisstenfilter rüber gemacht? Das verstehe ich nicht. Da war einer in der Produktion richtig freaky drauf. Die waren so, oh mein Gott. Lass mal, dieser Mike, ne? Ich schwöre, er ist einfach viel zu perfekt. Lass mal einfach so, kennst du diesen Narzisstenfilter? Ich schwöre, der ist hier in meiner App drin, ne? Machen wir rüber. Dann kommt er einfach so richtig wie ein Narzisst rüber. Er ist aber keiner. Ich schwöre wirklich. Chantal, mach das jetzt. mit euch eine Einigung zu finden. Ihr habt alles abgelehnt. Und sagt dann, der Verantwortliche, ich hätte gerne noch mit dir weitere Formate gemacht. Aber wenn du nicht willst. Und ich habe eingangs gesagt, es geht mir nicht ums Fernsehen. Es geht um meine Existenz. Nicht ums Fernsehen. Und dann, ansonsten müsste man konkreter werden. Der Verantwortliche hat sich für das definitiv zu verantworten. Ja, ich, Maxis, hat 2021 über die Stränge geschlagen. Definitiv. Aber ich dachte, er hat nicht über die Stränge geschlagen. Ich dachte, das war der Schnitt. Oder was ist jetzt los? Also es wäre schon gut, wenn das in sich schlüssig wäre für diese Aussage. Also entweder es war der Schnitt und es hat nichts mit deinem Verhalten zu tun. Oder du hast über die Stränge geschlagen. Ich bin verwirrt. Die Verwirrung ist verwirrt, Leute. Ich habe mich dafür oft gerade gemacht. Aber dieses Tattoo, das lässt sich nicht wegwischen. Und auch nicht weglasern. Ich werde jetzt mit harter Arbeit mich zurückkämpfen ins Leben und euch den Rücken kehren. Ich hoffe, dieses Video können einige jetzt nachvollziehen. Und betrachten die Sendung vielleicht aus einem ganz anderen Blickwinkel. Ja. Kompletely. Jetzt, wo er es gesagt hat, ich sehe alles ganz anders. Ihr auch? Es ist, es ist, ich sehe es alles anders jetzt. Ist so. Kompl nicht bei dieser Sendung. Mein Name ist Mike Cees. Beim Offen. So, meine Süßen. Wir sind jetzt fertig mit Mike Cees. Ich konnte mir das jetzt auch nicht mehr weitergeben. Der hat noch eine halbe Stunde geredet oder so. Ich weiß nicht mehr. Ich konnte nicht mehr. Auf jeden Fall, wir gucken uns jetzt an Mike und Layla. Mike und Layla kennen wir von Onlyfans. Nein, Spaß. Nein, aber Mike ist jetzt ein Stripper. Der ist bei den Six Packs. Come on. Und er ist jetzt zusammen mit Layla. So. Und die machen so ein bisschen Couple-Content. Denen ist schon wichtig, dass sie ihre Beziehung relativ geheim halten. Also auch so inkognito leben quasi. Die würden niemals ihre Seele verkaufen für Klicks oder so. Auf gar keinen Fall. Und ja, deswegen gucken wir uns die jetzt an. Was geht ab, Leute? Ich hoffe, euch geht's gut. Mir geht's super. Mir geht's blendend. Wir fahren jetzt nach Essen. Layla ist im anderen Auto, weil wir zwei Autos haben. Und Layla ist das erste Mal in Essen. Schauen wir mal, was für Überraschungen auf Layla in Essen waren. Okay. Also wir wollen nicht in einem Auto fahren. Wir sind so viel zusammen. 24-7. Wir würden uns gerne auch mal so in zwei Autos nebeneinander entlang fahren. Wenn das okay ist, bitte für alle. Wie Layla Essen findet. Aber natürlich, wenn wir in Essen sind, gehen wir natürlich erst mal zum Frühstück. Naja. Layla müsste Essen ja eigentlich total geil finden, weil sie ja auch gerne isst. Von daher ist das ja schon mal eine runde Sache. So, Leute. Ich hab jetzt gerade eine kleine Drehpause und ich darf euch jetzt beraten, was ich drehe. Viele haben es schon geahnt. Ja, es ist für unter uns. Es ist offiziell. Und wenn es natürlich dann die genauen Daten gibt, wenn ihr einschaltet, die wollt, dann sage ich euch auf jeden Fall Bescheid. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine kleine Pause gehabt. Werd jetzt wieder abgeholt und dann geht es weiter. Oh, voll cool. Sie durfte bei unter uns einfach mitmachen. Heftig. Ich finde das richtig schön. Ich habe ja früher immer unter uns so ein GZSZ geguckt, ne? Wenn die eines Tages sagen würden, ey, du machst das bei unter uns mit oder bei GZSZ, sag mal, geht's doch? Ich würde dann gerne, glaube ich, eine Affäre haben mit Joe Gerner. Boah, das wäre so richtig iconic. Geil! So, jetzt Quality Time hier. Guckt euch das mal an. Dinner Date. Dinner Date. Aber eine Frage haben wir noch nicht beantwortet. Welche? Was machen wir jetzt? Wir mögen beide Oliven. Stimmt. Aber mir haben ganz viele gesagt, die sind schon seit 15 Jahren verheiratet, dass sie beide Oliven melden. Ja. Aber habt ihr gerade gesehen, er am Handy, sie am Handy. Ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wo die Reise hingeht, Leute. Ich weiß beispielsweise, ich war zum Beispiel gestern richtig viel am Handy. Ja. Und mir ging das dann abends auch. Da dachte ich so, hui. So. Und für die ist das ja sehr aufregend jetzt, dass so ein Hype um die besteht. Ich bin wirklich gespannt, wie diese Beziehung wird. Also dieser Job ist cool. Ich liebe meinen Job. Ja. Allerdings hätte ich, glaube ich, nicht so gerne eine Beziehung, die ich auch noch filme. Also, so, weil ich finde das, also wenn ich zum Beispiel mit Freunden bin, mein Handy ist weg. Wenn ich mit meinem Partner bin, dann will ich Quality Time. Also ich will den, gut, man kann, wenn man miteinander wohnt und so weiter, ja auch nebeneinander hervegetieren und so weiter, aber so, wenn man sich so zum Essen verabredet und so weiter, das ist schwierig. Ja, und es steht ja auch drin, dass es auch ein Mechanismus, um Macht auszuüben, wenn du dir dann gegenüber strafst durch Ignoranz, ne, und das ist eben auch Handy. Had it. Ich sehe das als Gefahr bei den beiden, mit dem Handy, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sagt ihr? So Leute, wir sind jetzt im Auto, aber wie viel mit wem ich jetzt im Auto bin, mit meinem Boyfriend. Hat sie uns da jetzt gerade mitgeteilt, dass sie Boyfriend ist? Sie wird wahrscheinlich genauso wie ich. Erinnert ihr euch eigentlich noch, als ich in der Beziehung war, dass ich immer so meinte, mein Freund und ich machen das und das und mein Freund und ich machen das und das. Immer so, mein Freund, mein Freund, mein Freund. Ich weiß gar nicht, ob wir jetzt hier mit reingenommen haben, die, den Moment, wo er sie gefragt hat und sie dabei gefilmt hat. Das weiß ich jetzt nicht, ob das jetzt hier mit drin ist. Gucken wir mal. Auf jeden Fall war Maike heute den ganzen Tag mit Alani in der Zeit, wo ich beim Dreh war und ich war wirklich so, so, so dankbar, dass er das gemacht hat, weil das ist ja eigentlich auch nicht selbstverständlich. Doch, das finde ich richtig süß. Das wohl ihr Hund und er hat auf die aufgepasst, während sie beim Dreh war. wäre Grundvoraussetzung auch bei der nächsten Partnerschaft. Wenn ihr ein Paar seid, natürlich hilft er dir mit deinem Baby weiter. Er hat sich richtig süß um den gekümmert. Alani liebt den jetzt auch süß mehr als mich. Der hat einfach seine Mutter verkauft. Das klären wir noch mal. Zwei, genau, das klären wir noch mal. Aber das war wirklich richtig, richtig cute. Und das wollte ich mal gesagt haben. Ah ja, da ist es. Da ist es. Guck mal, die Frage, klar. Wahrscheinlich hat aber RTL auch gesagt, Leute, wenn ihr zusammenkommt, dann filmt das bitte. Weil das ist, das sind unten die Bilder davon, wie er sie gefragt hat. Also da läuft der Song vom Bachelor, ja, und er fragt sie halt, will you be my girlfriend? Und she said yes. Das ist, also man könnte auf den ersten Blick auch denken, ähm, der hat sie gefragt, ob sie ihn heiraten möchte. Das ist, was ich meine. Aber am schlimmsten finde ich wirklich dieses, dass er ihr dann dabei so das Handy in die Fresse hält, ne? Willst du jetzt meine Freundin werden oder nicht? Ja? Warte, ja, ja oder nein? Okay. Achso, in echt, soll ich jetzt in echt küssen oder über die Kamera? RTL, wie machen wir das jetzt? Ja, das wäre mir zu viel. Das wäre mir wirklich zu viel. Die ganzen Ballöne und so weiter und jetzt stoßen die an und wer steht da überhaupt noch im Raum? In solchen Momenten will man doch auch nicht, dass jemand mit dabei ist. Also, ich bitte euch. Also, nee. Da haben wir gerade von Paco ein bisschen was gehört. Paco, Kampf der Reality Stars, Love Island, der war ja auch mit Jelis zusammen und dann war der bei I was the one, Reality Stars in Love und wir haben jetzt gerade irgendwie den ersten Song gehört und ich muss aber sagen, der ist echt gut. Ich bin gespannt, ob er es schaffen wird, weil in Deutschland ist das ja eher noch nicht vorgekommen, aber in Amerika zum Beispiel ist das ja ganz üblich. Zum Beispiel Cardi B entspringt ja auch so einem Reality Trash Format. Die soll sich ja hier, wie hieß das, New York, New York oder so auch gebollt haben und so und ist jetzt weltweit bekannte, berühmte Rapperin, Wapowin, ja. In Deutschland, finde ich, ist das immer eher nicht so üblich. Da ist man dann einfach Trash Gesicht und schafft es eher nicht, aber vielleicht schafft es ja der Paco, ne. Jetzt sehe ich hier schon im Hintergrund Paul Jahnke. Paul Jahnke, wisst ihr, das ist der allererste Bachelor, den es gab und er ist an der Bar bei Bachelor in Paradise und wir gucken mal, was er uns zu sagen hat. Das war ein kurzes Gastspiel in Folge 3 raus. So läuft ein Spiel, das ist auch in Ordnung. Trotzdem muss ich ehrlich gestehen, ich war von einigen Leuten sehr, sehr enttäuscht. Ich kannte eine Reihe von Leuten über Jahre und ich habe doch lieber Leute um mich herum, die ich kenne und mag und ich habe zwei Stimmen bekommen und gerade eine Julia, die ich seit über zehn Jahren, glaube ich, kenne, wir waren letztes Jahr bei Kampf der Reality Stars zusammen, verstehen uns eigentlich gut, die hat noch die Leute beredet und bequatscht und gesagt, nicht Paul wählen, da bin ich wirklich maßlos enttäuscht und diese Personen sind für mich auch, ganz ehrlich gesagt, gestorben, ganz klar. Versucht er gerade eine biefige Seite von sich zu zeigen? Das sah gerade so aus, als hätte seine Managerin gesagt, Schatz, wir brauchen ein bisschen Wirbelsturm, kannst du bitte einmal gegen Julia schießen? Weil er hat dann so, als es zu Ende war, war er so, also erstmal sitzt er da voll verkrampft und dann hat er am Ende noch so in die Kamera gelacht. Und er so, fertig, kannst du den Ausknopf drücken? Ich glaube dem kein Wort, er hat keinen Streit mit Julia Siegel. Tut mir doch leid. Es geht um The Fifty. Die haben ihn da rausgewählt. Nein, die haben keinen Streit. Paul, du bist kein Trash Trashy. Du bist nicht Kim Virginia. Die macht es wenigstens ein bisschen authentischer. Ähm, Leute, was ist das hier für eine Aufnahme? Machen die da rum? Oh mein Gott. Ich fühle mich fast schon so wie gestern im Gym hier. Philipp und Paul. Wow. Die sind ja beides, heiße Männer und wenn die hier so homoerotisch unterwegs sind oder was ist das hier für ein Bild? Ich bin gerade ein bisschen schockiert. Was ist das? Was ist das? Machen die da rum oder was? So, als nächstes kommt Paulina. Paulina Joubas hat sich einem BBL unterzogen. Eine der gefährlichsten Operationen. Ich glaube, bei keinem anderen Eingriff sterben so viele Menschen. Und sie hat sich gedacht, sie macht sich ein paar Kurven in der Türkei. Ja. Auch so eine Sache, wo ich mir so denke, okay, ähm, gut. Wir gucken einfach mal, was sie so zu sagen hat. Jo, also sie hat die Viktoria mitgenommen. Die Viktoria hatte dort auch ein BBL und sie ist so froh darüber, weil Viktoria ihr alles sagen kann, wie was läuft, wie sie sich fühlen wird. Ja, ähm, das ist halt das Ding, das kann sie eben nicht, weil jeder Mensch natürlich anders drauf reagiert. Könnte natürlich auch sein, dass sie bei dir vielleicht Fett in die Blutlaufbahn spritzen und du dann stirbst, weißt du. Und das ist dann bei ihr halt nicht passiert. Oder dass du auf die Narkose ganz anders reagierst als sie. Also, nur weil sie den gleichen Eingriff hatte beim gleichen Arzt, heißt das ja nicht, dass, ne, ihr das Gleiche empfinden werdet. Ich muss sagen, ich bin so froh, dass Viktoria mitgekommen ist. Ich glaube, wenn Tom dabei gewesen wäre, der hätte mir noch mehr Angst gemacht, ähm, als ich ich schon habe. Und dadurch, dass Viktoria dasselbe auch schon gemacht hat und auch schon mehrere begleitet hat, die das gemacht haben. Hä, kriegt Viktoria eine Provision dafür, dass alle dann am Ende so curvy sind wie sie oder was? Wieso begleitet sie so viele Menschen dahin? Siehst du, ich bin eure Agentin, ich hole euch die ganzen Trashfrauen hier ran, dann könnt ihr den alle ein bisschen spritzi-spritzi in die Pro machen. Ich bin voll erleichtert, dass alles gut funktioniert hat. Ja, und ich freue mich gerade. Ich freue mich da wirklich, dass es vorbei ist, dass ich auch wirklich richtig, richtig gut und lieb hier aufgenommen werde. Girl, die haben eine Kooperation mit dir. Verstehst du? Natürlich sind sie nett und lieb zu dir. Schau mal, die werden jetzt richtig scheiße zu dir. Du kriegst die neuen Hintern wahrscheinlich umsonst. Natürlich sind sie lieb und nett zu dir. Also, dass sie das auch immer wieder sagt, klar. Die Schwestern sind super nett. Der Arzt kam dann morgens rein und hat angezeichnet, hat ganz lange mit Victoria gesprochen, hat sich wirklich Zeit genommen, hat sich angeschaut und angehört, was ich machen möchte, hat Tipps gegeben, was er empfehlen würde. Was meint sie denn? Also, ich möchte gerne Onlyfans machen und dann hat sie jetzt den Onlyfans hinterher bekommen. Ich habe ihm ganz genau gesagt, was ich mit meinem neuen Gerät später so machen möchte und dann hat er das extra da drauf abgestimmt eingezeichnet. Ich kann gerade wirklich weinen, weil ich so voll, einfach nur, weil ich emotional bin und ich bin einfach froh, dass es mir gut geht, so wisst ihr, was ich meine, weil es ist am Ende trotzdem eine Operation. Halleluja. Ja, ist es auch. Ich muss sagen, ich, ja, ich finde das wichtig, dass sie das halt auch nochmal sagt. Ich bin ja auch nicht gänzlich gegen Beauty-OPs, so ist es ja nicht, ja. Ich dachte halt, dieser Po-Trend sei mittlerweile schon wieder nicht so, aber leider ja. Ja, es ist halt eine OP mit Risiken. ne, jede OP, die wir so machen lassen, birgt halt Risiken und das ist halt wichtig, dass sie das halt auch mal sagt, ne. Also, es sollte halt jedem bewusst sein. Ich habe eine Story gehört, wie halt eine Person gestorben ist, da hat die Schwester, quasi die Anästhesie-Schwester, diesen Sound ausgemacht, weil sie sich gestört gefühlt hat durch den Sound, der aber den Herz schlag misst oder zeigt so, hey, hier läuft alles gut, dann ist die Person gestorben. Also, überall, wo Menschen arbeiten, können auch Fehler passieren, das ist ganz, ganz wichtig, ne, dass man das halt weiß. Ich verabschiede mich quasi vor jeder Narkose. Immer, bevor ich operiert werde, weine ich und denke mir so, okay, es könnte wirklich sein, dass ich nicht aufwache. Ich habe riesen Respekt vor Narkosen, nicht nur bei mir, sondern auch bei meinen Tieren. Jetzt habe ich noch eine Drainage im Rücken. Heute ist es mir ja freigestellt gewesen, ob ich schon in die Villa möchte oder ob ich noch eine Nacht im Krankenhaus bleibe. In welche Villa? Also heute, ich habe noch eine Drainage im Rücken, aber heute wurde ich gefragt, ob ich in die Bachelor-Villa schon wieder zurück will. Das hört sich gerade so an, als würde sie im Fernsehformat parallel teilnehmen. Ja, nein, das ist natürlich ein Luxusoperateur und da lebst du halt in der Villa, ne? Ab morgen kriege ich dann diese Lymphdrainagen-Behandlungen. Davor habe ich auch noch richtig Angst, weil da habe ich gehört, das soll richtig wehtun. 50% liegt wirklich bei euch, wie das Ergebnis später wird. Nur mal eine Sache, ne? Also ihr merkt, ich habe währenddessen ein paar Kommentare von euch beantwortet, weil sie labert jetzt die ganze Zeit über diese Lymphdrainage und keine Ahnung, aber das ist halt so ein Ding, ne? Man soll sich ja auf diese Areale nicht draufsetzen, ne? Und wie fliegt sie nach Hause? Das ist bei solchen OPs dann immer für mich so fragwürdig, ne? Also du machst das in Istanbul, du sollst dann ja eigentlich nicht sitzen und dann sitzt du so, how? How are you gonna do that? Aber eins wollte ich aufklären und zwar, ich habe auch gelesen, dass angeblich so voll die Flüssigkeit überall aus den Einstichstellungen kommt. Das stimmt überhaupt nicht. Leute, das stimmt einfach nicht. So, bei mir läuft nirgendwo irgendwas raus. Außer ein bisschen Durchfall. Also, aber das ist wahrscheinlich nicht das Loch, über das ihr hier geredet habt, oder? Dieser Katheter wurde mir gezogen, gestern Abend. Ich war auch gerade das erste Mal alleine, ähm... Kacken. Ich habe so eine richtig geile Wurst abgeseilt. Ist jetzt schwer mit einem großen Puppes, ne? Aber sie ist trotzdem durchgeflutscht. Das war richtig, richtig nice. Ich kann gar nicht verstehen, wie manche Leute nach so einer Operation einfach nach einem Tag nach Hause gehen oder so. Und ich meine, man muss halt im Hinterkopf behalten, es ist eine Operation und es ist auch eine gefährliche Operation. Also, ähm... Das war für mich zum Beispiel auch ein super ausschlaggebender Punkt, warum ich mich hierfür entschieden habe. Und speziell für Victoria Aesthetics und diesen Arzt. Victoria Aesthetics? Ist jetzt Victoria wirklich so eine Vermittlerin? Oh mein Gott! Euer Ernst? Warte mal. Wer ist Victoria Aesthetics? Victoria Aesthetics? Nee, also ich kann da nichts finden. Ihr? Victoria Aesthetics? Aber da finde ich jetzt nicht die Victoria. Das wäre lustig, wenn das Wiki wäre, die jetzt einfach so alle zu kleinen Dubeln von sich selbst macht. So, und dann von einem operierten Patienten zum nächsten. Ein weiterer, der sich ja auch, glaube ich, in der Türkei verschönern lassen hat, ist Wyan. Ja? Ich hätte da andere Maßnahmen jetzt erstmal priorisiert bei ihm. Er so geistiger, mentaler Natur, aber er wollte nochmal an der Optik rumschrauben. Gucken wir mal, wie es ihm so geht und was die Haarwurzeln machen. Wyan, iOS 1, Premiere, iOS 1 Kids Staffeln mitgemacht, mit Edda und so. Der war einfach lost und ich frage mich, wie es nach den ganzen Betäubungsmitteln und so, die er bekommen hat, jetzt um ihn steht. So, es ist jetzt fertig. Die Krusten sind weg. Ich habe jetzt noch gerade eben meinen Kopf mit Shampoo gewaschen, aber die Krusten sind alle gut weg. Das ist so komisch, also davor, es war wirklich wie, als wäre das irgendwie eine zweite Haut oder so drüber. Ich habe da gar nichts gespielt, wenn ich hier hingefasst habe. Jetzt spüre ich das so ein bisschen. Aber heftig, wie viel dem da gefehlt hat, ne? Krass. Und er wieder, also er ist ja ein wunderschöner Mann, er ist ein Model. Sein Gesicht ist so schön. Ich finde ihn wirklich super schön, wenn da jetzt auch charakterlich irgendwie nochmal irgendwie cool wäre. Das wäre ja wirklich eine runde Sache. Und ich finde es so heftig, wie der wirklich mit diesem Mob, den er hier so reinhängen lassen hat. Das sah ja auch gut aus, wie der das kaschiert hat. Also super. So, wir sind jetzt bei Tag 9. Es sieht schon übel gut aus. So das ganze Rote weg. Aber, ja, das kommt jetzt morgens in die Krustenentfernung. Da heißt, da kommt dann das Ganze weg und dann sieht das hier, glaube ich, echt krass aus. Ich bin so gespannt. Ich freue mich auch so krass auf morgen. Spenderer noch. Ja, das wird aber auch nicht besser, mit dem Spenderhaar, ne? Also für alle, die das vielleicht noch nicht gehört haben, ich hatte selber auch zwei Haartransplantationen vor vielen Jahren. Das geht nicht. Also ich wurde auch echt falsch beraten damals. Mir wurde gesagt, ja, du kannst doch noch voll kurz gehen und so. Drei Millimeter Schnitt kannst du machen. Geht gar nicht. Sobald ich ein bisschen kürzer gehe als das, siehst du hinten voll die Löcher. Das wird ja auch nicht besser. Die Haare fehlen dann ja halt einfach, ne? Und auch dieses Scalping, was es gibt. Man kann so Haarwurzeln quasi tätowieren, also so Haarstoppel. Das, ja, es ist schon anders dann, ne? Ich habe absolut keine Ahnung, warum es nicht kommt. Aber Leute, wir müssen noch ein bisschen Geduld haben. Sobald ich da Infos habe, sage ich euch das. Und ich kann euch versprechen, dass es trotzdem geil wird. Ich freue mich riesig auf diese Staffel. Ja, natürlich weiß ich schon, was alle so, wie weit passiert. Aber das dann nochmal zu sehen, ist einfach wunderbar für mich. Und ich werde auf jeden Fall auch meine Reactions dazu machen. Ob es dem einen oder anderen gefällt, ist mir dann auch egal. Ich werde es machen. Ja gut, was soll ich auch sagen? Sandra, die Ex von Tommy, die haben sich kennengelernt bei Ex on the Beach. Und, ja, weiß ich nicht. Das ist jetzt schon auch fünf Monate her, ne? Ist ja dann auch eigentlich gar nicht mehr so aktuell, was da so gegangen ist, ne? Und dann kommen wieder ihre spannenden Reactions. Ihr habt ja sicher mitbekommen, dass ich das letzte Mal mein Reel gepostet habe bezüglich Sommersprossen. Und ich muss sagen, es ist so viel Negativität hier im Internet. Das ist nicht mehr normal. Ich kündige meinen Job. Diese ganze Negativität macht mich total kirre. Das ist ja hier eine Negativitätsgrube. Sag mal, was ist denn los mit euch? Zum einen, wenn es euch nicht gefällt, ist das ja in Ordnung. Ich akzeptiert es. Es muss nicht jedem gefallen. Aber mir zu unterstellen, ich habe ja sonst nichts Besseres zu tun, als mir irgendwas machen zu lassen oder keine Ahnung was. Ich besitze Sommersprossen. Ich wollte einfach nur noch mal mehr haben, dass man die mehr sieht, weil ich persönlich finde das süß. Ich schwinke mich nicht und habe dann einfach etwas im Ich-Liebs. So, und ich bin euch auch gar keine Rechenschaft schuldig, warum ich sowas mache. Das ist meine Sache. Entschuldigung, also ich bin zwar voll kritikfähig und so, aber könnt ihr bitte aufhören, mich zu kritisieren? Das geht ja mal gar nicht. Mir zu unterstellen, ich würde den ganzen Tag nur mit meinem Handy rumrennen und nichts tun und nichts Besseres zu tun haben, als mir da irgendwelche Punkte ins Gesicht zu malen. Sag mal, geht's noch? Ich habe sehr, sehr viel zu tun. Ich gehe heute live auf TikTok und dann muss ich morgen auch Insta-Live machen und so. Das ist voll viel Arbeit. Nein, das ist wirklich viel Arbeit. Ich ziehe mich gerade selber in den Dreck. Instagram und so, Social Media, ist wirklich auch ein Job, Leute. Und wenn ich dann so Sachen lese, ja, ihr wurdet gemobbt deswegen damals und wie kann ich das jetzt machen? Aber erstens, es tut mir unfassbar leid, dass ihr das erleben musstet. Ich wünsche das niemandem, dass man gemobbt wird. Zweitens, ich kann nichts dafür und warum muss ich jetzt auf etwas verzichten, was ich haben will? Aber jetzt mal ganz im Ernst. Da haben da Leute geschrieben, Sandra, du Alte, ich wurde gemobbt wegen meinen Sommersprossen und wieso lässt du dir jetzt welche machen? Also gut, ich muss sagen, den Zusammenhang verstehe ich auch nicht so ganz. Ja, ist ja schön. Also ist ja scheiße, dass du dafür gemobbt wurdest, aber trotzdem darfst du sich doch Sommersprossen machen lassen, oder nicht? Sama. Das ist halt eh so ein typisches Thema. Die, die glatte Haare haben, wollen Locken haben. Die, die Locken haben, wollen glatte Haare haben. Die, die Sommersprossen haben, die wollen keine. Die, die einen Waschbettbauch haben, wollen Waschbärbauch haben und so weiter und so fort. Ihr kennt das, ne? Die, die so einen richtig schönen Apfelpo haben, wollen keinen haben und es ist einfach immer das Gleiche. Die, die reine Haut haben, wollen Akne haben, ihr kennt das. Jo, jetzt haben wir hier etwas von der Sarah. Die Sarah, die kennt man von Temptation Island letztes Jahr. die wurde ja da betrogen vom Nico Legat. Ich muss sagen, ich lese euch das gleich vor, ne, worum es hier geht. Ich muss sagen, ich genieße die Dame mit ein bisschen Vorsicht, weil ich weiß nicht, ob ich glauben soll, dass das alles so stattgefunden hat und so, ne? Vor allem sie ist ja jetzt dann auch noch zu prominent getrennt mit ihm gegangen. Äh, ja. Ja, genau. Also, der hat dich so, ne, im Fernsehen und so und dann gehst du mit dem auch noch ins nächste Format, ne? Ist ja klar, genau. Und, ähm, dann ist es so, dass, ähm, es hier wohl, ja, darum geht, dass sie sagt, was sie so erschreckend findet, ist, dass er die ganze Zeit eine Freundin zu Hause sitzen hat und diese betrügerische Masche einfach weiter durchgezogen wird und sie ist so froh, wenn prominent getrennt bald startet. Also, ja, sie beschäftigt sich irgendwie noch sehr viel mit ihm, ne, und was er so macht und so weiter und versucht ihn da ja schon weiterhin in der Öffentlichkeit, ne, so ein bisschen ans Bein zu pissen, ne? Und da geht's ja nicht drum, äh, quasi, dass sie über ihren Trennungsprozess spricht und was sie daraus zieht und was die Leute irgendwie mitgeben möchte, was in einer Trennung irgendwie sinnvoll ist oder nicht oder so, sondern sie ist halt bei ihm, ne? Wie er sein Leben lebt, was er so macht, was sein Vater über ihn sagt, so, wo ich mir so denke, ja, ähm, lebt doch einfach dein Leben weiter und wenn das wirklich eine Trennung war, also wenn das wirklich alles so stattgefunden hat und ihr nicht vorher schon irgendwie beschlossen habt, euch zu trennen und das alles nur für Ferien gemacht habt, beide, ähm, dann, ja, heile doch und sei mehr bei dir und nicht bei ihm. Ja, und hier präsentiert die Süße auch schon ihren neuen Partner, ne? Ich weiß gar nicht, ist das der, den sie, äh, kennengelernt hat, irgendwie ganz kurz, nachdem sie so heftig betrogen wurde von Nico und, äh, sie beschreibt halt hier, wie die sich auch dann kennengelernt haben, ne? Das erste Date und so und sie hat halt einen neuen Partner, mit dem sie sehr, sehr glücklich ist und quatscht halt noch so über das, was der Nico so macht, ne? Das würde mich als neuen Partner, würde mich das schon stören. Ich wäre so, Schatz, äh, könntest du ein bisschen bei uns bleiben und ist das nicht so schön mit uns beiden, dass du da jetzt nicht mehr so rumstenkern musst und so, weißt du? Das würde mich halt stören. Nee, und hier droppt sie, dass er irgendwie Fake-Follower gekauft hat, hat einen Chat veröffentlicht mit ihrer Freundin, oh, da hätte ich so die Schnauze voll, wenn ich ihr aktueller Partner wäre, dass die halt so das Bedürfnis hat, den noch so zu erniedrigen und den, also schlecht über den zu reden, fände ich ganz übel, fände ich ganz übel. Dann wäre ich so, Schatz, willst du nicht mal das endlich beiseite packen, so, irgendwie Frieden damit schließen, so, weil, äh, Maus, mach das nicht. Als nächstes kommt Tara mit einer eher, ja, wie soll ich sagen, besorgniserregenden Story, von der ich schon sehr, sehr oft gehört habe und was mich auch absolut ärgert und, und nervt und ich bin mal gespannt, was ihr sagt, vor allem auch zu ihrer Vorgehensweise und wie ihr das handhabt. Seit ich hier wohne, werde ich ständig von irgendwelchen Männern verfolgt und es hängt mir so zum fucking Hals raus, dass ich mich immer so fühlen muss und dass ich mich vor meinem Zuhause nicht sicher fühlen kann. Ich bin gerade vorne auf der großen Hauptstraße bei der Ampel gestanden und im Vorbeifahren schaut ein Fahrer mich so extrem an und dreht sich so um und dann gehe ich und gehe halt in meine Gasse rein in zwei Ecken und bin schon fast bei meiner Haustüre und ich drehe mich um und ich habe mich nur umgedreht, weil ich hinter mir aus dem Auto sowas komisches Murmeln gehört habe und ich dachte, vielleicht will der da reinfahren und ich schaue noch wegen einem Malu. Nein, das war der Fahrer und das ist nicht die normale Strecke, sondern der musste extra eine Runde fahren, damit er da ist, wo ich wohne und hätte ich mich nicht umgedreht, wäre ich einfach in mein Wohnhaus reingegangen und der hätte einfach gewusst, wo ich wohne und ich habe mich so angeschaut und ich so, was ist? Weil er hat ja was gemurmelt und er schaut ja eindeutig mich an und ist ja wegen mir hier und er so, nein, nein, nix und ich so und dann bin ich weitergegangen und habe mir gedacht, ich gehe jetzt sicher nicht in mein Haus rein und das ärgert mich schon wieder so, dass man als Frau immer solche Sicherheitsvorkehrungen machen muss und man von irgendwelchen Männern einfach verfolgt wird. Also man sagt immer, Angriff ist die beste Verteidigung, aber das kann halt auch in zwei Richtungen gehen, aber egal, ich gehe aufs Risiko ein und ich schreite dann auch immer voll an und sage, was ihnen einfällt, um diese Uhrzeit im Dunkeln einer Frau, die alleine ist, anzureden und so, aber die sehen das gar nicht, aber ich wollte mich hier kurz mal auskotzen, weil ich einfach weiß, dass es vielen Frauen so geht und dass einfach sowas ist, dass wir Frauen immer Situationen als Gefahr einschätzen müssen und uns immer anders verhalten müssen, um Situationen und möglichen Gefahren aus dem Weg zu gehen. Und in diesem Fall haben es Männer einfach wirklich leichter. Ich glaube sogar, dass es vielleicht ganz schlau ist, was sie macht, also einfach laut werden, dass möglichst auch viele darauf aufmerksam werden in solchen Situationen, weil dann fühlt sich der der Mensch ja vielleicht was weiß ich ertappt und geht. Ich hatte halt nur Angst, dass der dann nicht, weil sie laut wird, was weiß ich ja eins rüberzieht, aber im Grunde genommen würde ich jetzt erstmal intuitiv sagen, dass es gut ist, wenn man so laut wird, dass es einfach gut, wenn man alleine ist, dann bringt das vielleicht nichts, aber keine Ahnung. Was sagt ihr? Weil ich habe jetzt wirklich häufig mit meinen Mädels darüber geredet, dass so eine Situation passieren und ich finde es absolut unmöglich. Ich habe sogar Mädels, die gehen gar nicht mehr auf Partys, die nicht Gay-Partys sind, einfach, weil sie sich dort, weil Übergriff einfach stattfindet. und ich finde in so einer Gasse mein Herz würde stehen bleiben. Also ich würde auch erstarren. Ich glaube, das ist auch so eine Sache, die automatisch passieren kann, dass man irgendwie so erstarrt und dass man gar nichts machen kann. Waren die nicht in der Kennlernphase? Sind die nicht irgendwie auch sexuell miteinander unterwegs? Das sah jetzt wirklich sehr nach Beste Freunde aus, ne? Also ist da jetzt immer noch, wollen die uns immer noch erzählen, dass die in der Kennlernphase sind? Das ist Kim, genau, Kim und wie heißt er nochmal? 24 Tim. Kim und Tim. Und die sind ja jetzt beim Dschungelbuch, wollte ich gerade sagen, Dschungelcamp, quasi haben die sich richtig lieben gelernt, wisst ihr? Das Xander-Filet wurde etwas gefragt und Xander ist ja jetzt gerade bei Make Love, Fake Love und der ist ja vergeben und hier gab es eine Fragerunde und er wurde zum einen gefragt, ob er mit Gustav verwandt ist, und das zweite ist, warst du schon in einem anderen TV-Format und er direkt leider nicht, könnte es mir aber definitiv vorstellen. Also da ist auch ganz klar, was die Mission ist, vor allem ja, warum er auch so so viel Einsatzbereitschaft zeigt bei Make Love, Fake Love, er denkt sich so, ich mache hier den Max Bormann, den zweiten. Dann wurde er gefragt, ob er sich während der Show selbst treu geblieben sei und also seid gespannt, wie es weitergeht. Ich würde sagen, das ist ein Nein, das war er nicht. Dann die Frage, was macht dich aus? Also würde sagen, sympathisch, humorvoll und für jeden Spaß zu haben. Zum Glück sagt er nicht loyal und treu. Ja, als nächstes meldet sich Yassin zu Wort. Yassin ist damals bekannt geworden durch die Teilnahme bei Temptation Island mit Alicia und der äußert sich jetzt einmal zur diesjährigen Staffel. Ja, liebe Leute und ich weiß gar nicht, ob ihr es mitbekommen habt. Die neue Staffel Temptation Island geht ab nächste Woche online. Gestern hat man eine Sneak Peek bekommen, also Trailer und ich bin so krass gespannt. Ich muss ehrlich zugeben, die letzten Staffeln habe ich nicht gesehen. Ich glaube, die letzten drei, vier Staffeln, aber diese Staffel schaue ich mir 100%ig an, weil der Trailer ist verdammt vielversprechend und ja, eine langjährige Freundin von mir ist auch dabei, die Nassrin, sehr guter Kollege von mir, der Josh dabei. Ja, ja, ich sage es euch, die Staffel wird gut, die wird gut. Ich werde auch vielleicht die eine oder andere Folge mit Calvin zusammen kommentieren, da freue ich mich drauf, also Temptation, wo meine Reise damals begonnen hat, meine Reise, eine Beziehung gegen die Wand zu fahren. Ja, da hat er auf jeden Fall recht, also ich sehe das genauso mit dieser Staffel. Krass, da entstand quasi oder da begann seine Karriere, er ist ja wirklich, er liefert ja wirklich Mehrwert. Ich finde, er bringt uns einfach nochmal nahe und regt uns auch so an, wie wichtig es ist, Menschen gut zu behandeln und ja, vor allem auch in romantischen Beziehungen wirklich fair zu spielen und niemanden zu verletzen und das hat seine Teilnahme bei Temptation Island möglich gemacht und Nassrin und Josh sind also seine Freunde. Das erklärt einiges. Josh hat sich wahrscheinlich gedacht, ich hätte auch keinen so eine Karriere. Ich habe gesehen, der Yasin, der hat so einen Wagen bekommen vor kurzem, bei dem läuft voll und deswegen haut er aus so, kackt er aus so rein. Also Josh ist ja, den muss er gar nicht verführen und jetzt erklärt sich mir auch, warum, weil wahrscheinlich hat Yasin ihm auch erzählt, hey, guck mal so und so, wie kannst du mit der Scheiße verdienen, wenn du das gut angehst, hat sich Josh gesagt, ey, ich will keinen weiteren Tag mehr einem normalen Job nachgehen. Guck mal, wie einfach. Ja, liebe Leute, wollen wir doch direkt mal mit der Frage starten, die am häufigsten gestellt wurde und auch schon bevor die Show losging, die wildesten Gerüchte in die Welt gesetzt wurden. Warum Jenny? Ja, Leute, warum nicht? Warum nicht? Ich war Single, sie war Single, wir beide fanden uns gut, haben uns mega gut verstanden. Der Klutsch war ein bisschen rum, ist ja in Paris. Also, wir haben uns die Show halt einfach cool gemacht. Ja, und natürlich ist ja eine Zeit, ne? Also, warum nicht? Wahrscheinlich haben die das vorher abgesprochen, Jenny war so, ey, über mich schreibt kein Mensch mehr, ich bin glücklich, dass ich, ich hab Glück, dass ich zu The50 durfte, Jasin, kannst du bitte irgendwas machen? Und er so, ja, klar, machen wir, dann knutsch mal ein bisschen rum, ist doch geil, dann haben wir eine Schlagzeile. So wirkt das ein bisschen auf. Als nächstes meldet sich Jelis zu Wort, Jelis Koch, die ja letztes Jahr bei Make Love Fake Love war, hat ja einen richtig guten Riecher für Männer, ne? sie weiß auch, so von der Aura her schon, ist das ein guter, oder ist das kein guter? Also, Promi BB hat sie jetzt auch gewonnen, ähm, ja, naja, wir fragen uns jetzt einfach mal nicht warum, aber, äh, sie soll jetzt hier irgendwie ein bisschen was sagen, zur diesjährigen Staffel Make Love Fake Love, als absoluter Pro. Ich gucke natürlich Make Love Fake Love, ich hab jetzt hier nur die ersten acht Jungs in der Übersicht, und ich glaube, ich weiß die Namen nicht, ich glaube er ist Single. Sie hofft, weil der ist bestimmt nicht Single. Er ist auch Single. Auf wen hat sie da gezeigt? Auf Xander? Er ist auch Single. Ich glaube, sie liegt so falsch, Leute. Und er ist auch Single. Ja, okay, die geilsten einfach, I see. Ich glaube, er ist vergeben, vergeben, könnte auch Single sein, vergeben. Also, ich glaube, bei den drei bin ich mir sicher. Ich würde wirklich auf Jelis vertrauen, also hoffentlich kann Antonia sich irgendwie telepathisch mit der in Verbindung setzen, weil ich glaube, wenn es eine weiß, wenn eine den richtigen Riecher hat, dann ist das Jelis. Sie hat immer ein gutes Händchen für Männer gehabt, Leute. Das wären die, die bei mir sofort fliegen würden. Ja gut, bei dir ist aber auch Max Baumann ins Finale gekommen, ne? Also. So, liebe Leute, wir sind fertig mit den News. Was sagt ihr zur heutigen Folge? Also wir hatten von allem ein bisschen Beauty, ein bisschen hier, ein bisschen da. Ja, lasst gerne euer Feedback da, wie euch das heute gefallen hat so. Ich freue mich, euch morgen schon wieder zu sehen. Also, bis dahin. Danke für eure Zeit. Tschüssi.